Keine Zeit vertrödeln. Oh. Da hätte es auch Lava sein können. Das wäre richtig dreist gewesen. Ich gucke, ob sich irgendwas bewegt. Aber ich sehe nichts. Ich laufe hier lang. Jeder einzelne Stein, ne? Jede Steinsilhouette könnte auch ein Asquin sein. Könnte ein Asquinstein. Nee, nichts. Da ist einer. Oder? Nee, doch nicht. Das war nur so ein Schatten-Ding, was sich bewegt hat. Doch, da ist er. Gut. So, dann kriege ich das mal Frost ab. Und. Tschüss. So. Her mit dem Loot. Und dann gehen wir mal hier lang. Was liegt denn hier? Ach, gar nichts. Das waren Funken von dem Feuer. Na gut. Da ist ein Morn. Auf den habe ich keinen Bock. Ich gehe mal hier in diese Ruinen. Oh, das sind Zwergenruinen. Sind ja auch noch Zwerge am Leben. Das wäre natürlich erfreulich. Ja, sind sie auch. Und noch ein Asquin. Da ist noch einer. Der hat keinen Stern. Komm mal hierher, bitte. Zu den Zwergis. Nein. Ach, nö. Er ist mir ins Feuer gerannt. Ich hau schon ab. Tschüss. Scheiße. Scheiße. Toll. Ich bin so ein Idiot. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das denn? Da geht die Aufnahme ja schon wieder richtig gut los. Direkt erst mal ordentlich verkackt. Ich warte mir eben keine halbe Stunde auf. Und ich bin schon dreimal gestorben. Nice. Gut, ich gehe jetzt schlafen. Ich verspringe die Nacht und mache die Zwerge da platt. Bin ich ehrlich. Gute Nacht. So, guten Morgen. Jetzt aber. Ja, das war jetzt selten dämlich. Vor allem, ich habe mich gerade so gefreut, dass die uns helfen können. Und dann läuft er mir direkt vor das Ding. Da habe ich aber auch... Bin ich ganz ehrlich. Das habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, die bleiben schön da hinten in ihrem Safe Space und ballern aus sicherer Distanz. Und dann das. Oh, Mann. Ja, gut. Wie auch immer. Ich hole mir jetzt mal den Stuff zurück. Und muss die Zwerge jetzt leider plätten. Weil wir wollen da ja häufiger zurückgehen. Was soll's. Kriegen wir noch ein bisschen Weichgewebe, wa? Immerhin. Warte mal. Erstmal muss ich den Schandpleck hier entfernen. So. Und dann laufe ich mal durch. Und ich hoffe natürlich auch, dass mich nichts verfolgt. Ich glaube aber, das geht schon. Da sehe ich einen Bogenschützen. Aber den können wir, glaube ich, outsmarten. Lauf, 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 lauf. Bitte keine Feinde. Sieht gut aus. Stein weg. Aufsammeln. Und jetzt schnell Klamotten an. Und dann schmeiße ich da Trolle hin. Tut mir natürlich leid für die Zwerge. Aber andererseits auch nicht. Weil dann kriegen wir ein bisschen Weichgewebe immerhin. Was haben die dann davon? So, Rache. Das halte ich von euch. Einfach so in den Rücken zu fallen. Viel Spaß damit. Und hier kriegt ihr noch einen zweiten. Direkt in eure Base rein. So. Wow, ich habe gar keinen Energieschild. Ich Idiot. Idiot. Hui. Gut. So. Einen haben sie gekillt. Kein Problem. Dann mache ich direkt einen neuen für euch. So. Und wenn einer tot ist, dann mache ich noch einen. Oh, sind beide gleich tot. Oh oh. Oh nein. Das war zu früh. Ich dachte, ich kann es genau teilen. Oh oh. Oh oh. So. Irgendein Vieh kommt. Da war ich Küre. Oh oh. Nein. Hui. Ich hau ab. Ich hau ab. Tschüss. Ihr könnt schön gegen die Walküren und Trolle kämpfen. Ihr macht das schon. So. Noch ein Troll ist down. Zack. Nachschub. Viel Spaß. Und jetzt bekämpft. Schön die Walküre. Sehr gut. Stimmt. Machen die eigentlich Schaden an der? Ja. Tatsächlich. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Ich schmeiß trotzdem Feuerball rein. Weil ich davon ausgehe, die Walküre wird gewinnen. So. Zwerge sind alle down, hoffe ich. Na los. Jetzt tötet euch. Tschüss. Und du willst es auch noch wissen, ja? Ja. Beziehungsweise zwei wollen es wissen. Hier. So. Ja. So. Guten alten Wurzeln. Vor allem gegen die Krieger. Einfach top. Sehr gut. So. Und dann würde ich sagen, ich sammle mal alles von den Zwergen auf. Was hier so rumfliegt. Ja hier, Alter. Der ganze Müll. Weg damit. Auch schwarzen Marmor lasse ich mal liegen. Habe ich gerade schon wieder eins eingesammelt, ne? Ah, Dwergertrophäe. Die ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Achso, auch noch Zeugs. Stein. Brausten. Das ist alles Müll. Hier haben wir Kupferschrott. Wäre es Bronzeschrott, würde ich es mitnehmen. Aber nee. Straußenfahren. Ascheholz nehme ich mit anstatt Stein. So. Oh. Flammkern. Das nehme ich natürlich mit anstatt Holz. So. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Eisenschale. Die will ich eigentlich auch ganz gerne haben. Weil die einfach Geld kostet und entsprechend selten ist. Und hier gucke ich mal drinnen. Stimmt, es gibt kein Weichgewebe. Es gibt Flammenkern. Aber auch dazu sage ich nicht nein. Und Straußenfahren gibt es auch. Further mit. So. Sehr gut. Ja, das rief ja jetzt semi gut. Aber ich bin auch ganz ehrlich. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen. An dieses neue Gebiet hier. Bei dem alten haben wir uns ja schon, ne. Muster angearbeitet und so. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes. Ähm. Ich schmeiß mal ein Schwefel weg. Und nehme lieber Straußenfahren mit. So. Sehr gut. Und theoretisch müsste ich hier auch nochmal. Großräumig alle Asquins vernichten. Das mache ich auch. Den Asquins, der da war, haben sie ja glaube ich gekillt, ne. Denke ich mal. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier rüber. Ist das eine Morgenhöhle? Ja. Kurz reingehen. Ja, oder? Komm. Ach, wir haben gar keinen Platz. Deswegen markiere ich das mal. M.H. Gut. So. Und dann sind hier nur Ruinen. Gut. Aber hier ist kein Asquins. Weit und breit. Hm. Naja, gut. Dann nicht. Äh. Da ist ein Bogenschütze. Auch da laufe ich mal weg. Da ist noch einer. Der hier will explodieren. Dann tu das. Huch. Oh. Nein. So noch nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der braucht immer einen Moment, um zu zünden. Ah, hier ist ein Nest. Und der Bogenschütze hat uns doch gesehen. Na gut. Tschüss. Wo war der andere? Ah, hier. Hinterm Stein versteckt er sich. Glaub mal nicht. Ich habe dich nicht gesehen. Nö. Jetzt brauchst du gar nicht erst wegrennen, weil du brennst. Schön hier geblieben, mein Freund. Piu. Piu. Piu, piu, piu. Tschüss. So, Feuerball. Beziehungsweise, weißt du was? Was axt. Geht schneller. So. Und den mache ich mit Wurzeln platt. So. Na komm. Und dann schmeiße ich etwas weg. Und zwar elf Gold. Und nehme lieber diese Knochen mit. Und schmeiße außerdem weg diese Knochen. Und nehme diese Egges mit. So. Noch Fragmente. Auf gar keinen Fall. So. Perfekt. Hätten wir das. Aber immer noch keine Asquins, ne? Na doch, wir haben immerhin drei gesehen. Ich laufe nochmal. Achso, hier war ich schon. Ich laufe mal hier so lang. Ich glaube, dass hier vielleicht noch welche sind. Aber nein. Die kommen mal platt. Tschüss. Nee. Hier ist nischt. Komme ich hier vorbei? Ja. Komme ich, glaube ich. Muss ich allerdings volle Ausdauer haben. Es geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich jetzt so rumrenne. Hoffe ich mal. Wow, 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 wow. Die Stacheln. Stimmt. Ne, da habe ich Angst. Tut mir leid. Weil die Stacheln, ich sehe es schon kommen. Ich bin nur einen Millimeter zu dicht dran. Und daran sterben wir. Stimmt, hier könnte ich auch hoch. Es war, stimmt, das war noch unser Erster, wo ich noch keine Extrastufe hin gemacht habe. Nein, nein, nein. Nee, komm. Ihr kennt es doch noch von dem letzten Mal. Mit den Nervenstacheln. Da habe ich keinen Bock drauf. Nehmen wir doch den langen Weg. Ach so. Tschüss. So. Da waren zwei Asquints. Hier waren wir noch nicht. Aber es kann auch sein, dass hier nachts welche spawnen, die wir jetzt nicht sehen. Ich glaube, ich mache trotzdem schon mal die hier platt. Tschüss. So. Gut. Ja, dann gehen wir hier wieder weg. Und kommen wieder, wenn es Nacht geworden ist. Beziehungsweise, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir doch die anderen Portale auch haben. Und wir vielleicht dann die nächste Nacht nicht hierher kommen, sondern zu einem anderen Spot gehen. Ja. Und dann da suchen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir überall immer diese Löcher vorbereiten müssen. Eigentlich finde ich es hier gar nicht schlecht. Das ist bisher der beste Asquintspot. Kein Plan. Oh Mann. Ja, sorry. Keine Ahnung, was da los war. Also, äh. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir so... Dass wir direkt sterben werden. Und dann... Ach, warte mal. Ich schmeiße es mal ins Lootloch. Ähm. Weil da wird ja definitiv noch anderes Zeug dazukommen. Aber ich habe jetzt eigentlich echt nicht damit gerechnet, dass es so schwer wird, was wir da machen. Aber gut. Das hier alles runter. Das runter. Davon die Hälfte weg. So. Und dann hier rein. So. Und den wieder hier ran. Damit ich auch dran denke. Zack. So. Perfekt. Und dann gehen wir mal in den Keller. Gucken wir mal nach, ob da vielleicht mittlerweile Sachen durchgelaufen sind. Ich hoffe es doch. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ich glaube, das reicht dann auch wieder an Eisenbarren. Ja. Und Eider sollte ebenfalls durch sein. Hör damit. Stimmt. Können wir dann nochmal nachfüllen. Halt. Erstmal Meth. Fertig. Fertig. Rein und rein. Und wir haben wieder Mana Meth. Gott sei Dank. So. Hier nach oben. Und... Reingetan. Stimmt. Wir hatten hier schon mal welchen. Nenn ich mir dreimal wieder raus. Oh. Da habe ich denn zehn davon. So. Ach. Das ist zu viel. So. Drei sind völlig ausreichend. Nehmen wir von allen drei mit. Ne? Dann gehe ich mal kurz zum Eider. Und schmeiße das rein. Und gucke mal, ob wir noch... Ja. Haben wir. Leichtgewebe. Dann mache ich noch eine Fuhre an. Huch. Nein. Nicht zwei. Sondern 20. Magie. Zack. Und stimmt Harz und so. Auch das vergesse ich jedes Mal wieder. Einfach nur, weil es auch so ein Reinrennen eben holen und wieder rausrennen ist. Schon sehr repetitiv und... 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 Keine Ahnung. Unspektakulär. Ich glaube, deswegen verdränge ich es. Kein Plan. So. Rein damit. Halt. Na los. Komm. Tage richtig an. So. Sehr gut. Und... Und... Eider haben wir noch über. Das ist viel zu wenig. Vor allem brauchen wir es ja auch fürs Kochen. Deswegen... Rein damit. Und wir gehen mal kurz zur... Nebelande Base. Und zu unseren Feldern. Weil... Da sind bestimmt auch wieder Beeren nachgewachsen. So. So. Und so. Perfekt. Ja. Pilze könnten wir sowohl die blauen als auch die gelben anbauen, ne? Die sind jetzt auch wieder auf unserer Zutatenliste. Hm. Aber das machen wir erst auf Bedarf, ne? Wir haben jetzt so viel von der Ausdauernahrung in unserer Kiste. Ich glaube, bis das aufgebraucht ist, dauert das noch ewig. Also... Da müssen wir eher erst blaue Pilze nachzüchten, bevor die gelben dran sind. Wie auch immer. So. Trowbees. Spawnet. Na los. Heute noch. Willst du Ungeduld? Das ist halt immer so nervig, dass man die nacheinander so abpflücken muss. Da frage ich mich auch, warum die das so designt haben. Na los. Jetzt kommt. Das müsste doch hier schon längst was nachgewachsen sein. Ja. Da. Und wenn ich sehe... Ich... Spare mir das jetzt mal, die ganze Zeit nach oben zu springen. Um das aufzusammeln. Weil... Das müssen wir sowieso am Ende nochmal machen. Ich pflück sie jetzt erstmal nur. Obwohl das natürlich jetzt verwirrend aussieht. Als ob da welche wären. Ja, doch. Das verwirrt mich ein bisschen. Dann mach ich mal so. Gut. Nochmal warten. Ich brauch hier immer ein paar Sekündchen. Nix. Nix. Ja, das ist doch doof. Hm. Da, ne, meinte auch Maria. Man könnte sich eigentlich einfach eine Base bei einem von diesen Festungen bauen, wo es richtig viele davon gibt. Und sich dann irgendwie eine Konstruktion bauen, dass man das einfach easy abfarmen kann. Das geht wohl schneller, als wenn man das selber anbaut. Hm. Ja, weil... Was war's das hier jetzt? 15 Bären? Willst du mich flaxen? Was soll ich mit 15 Bären machen? Hm? Na gut. Dann eben nicht. So, den Krempel schmeiß ich einfach mit hier runter, ne? Würde ich sagen. So, so. Kohle kann ich theoretisch wieder aufsetzen. Warum auch nicht? Einfach, weil's bequemer ist. Und wir haben es bald wieder Abend, ne? Wir haben schon spät. Die Sonne geht gleich unter. Ich würde mich deswegen vorbereiten. Und diesmal ruhe ich mich auch gut aus. Und diesmal passen wir auch ein bisschen besser auf. Allerdings kann ich ja hier jetzt nicht reingehen, weil die sind noch nicht nachgespawnt. Ja, das ist ein bisschen doof. Hätte ich doch die anderen Portale erstmal hier gelassen, ne? Weil, ich glaube... Notasche 2. Und wir hatten Notasche 1. Ach, scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Notasche 1. Also Notasche. Ohne eine Zahl war's, glaube ich. Ähm. Ich baller mir mal das gute Food. So, und den. Füll den nochmal auf, damit dieser Stack hier weg geht. So. Äh, wir haben alle Tränke. Wir haben das Zeug dabei. Hm. Ich setz doch die Kapuze auf. Ich hab Angst, dass ich's nachher vergesse. Dann ruhen wir uns gut aus, natürlich. Ich geh nach oben. Und stelle mich auf unser Bett. Weil das ist so oft schon passiert, dass wir dann mitten in der Jagd keine... Also nicht mehr gut ausgeruht waren. Das ist natürlich tunlichst zu vermeiden. Gut. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und dann geh ich zu... Portal 1. Ich glaube, ich geh da jetzt schon mal rein, um zu gucken, ob das das war, wo vorher unser Jagdgebiet war. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor die Sonne untergeht und die Nachtmusik beginnt. Warte. Nein. Ich muss es nachgucken, wenn... Die Nachtmusik begonnen hat. Weil, wenn ich jetzt reingehe, spawnen Asquints. Und die haben definitiv keine Sterne. Das wäre ja Waste. Das wäre Waste. Ich muss reingehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal. Warte mal. Ich geh mal kurz nach unten. Hol mir mein Werkzeug raus. So. Und beeil mich. Stein. Steck. Und Holz. Zehn Stück. Und jetzt aber schnell. Und dann baue ich mal irgendwo... Uch. Baue ich einfach an einem anderen Spot mal Dingens. Stimmt. Nee. Nee, nee, nee. Was mache ich denn? Diese Sachen lege ich mal hier hin. Hier hin. So. Zack. Zack. Und zack. Und das können wir dann bei dem dritten Spot machen. Denn wir haben ja auch noch unser ganz normales Portal. Da habe ich ja ein Loch gebuddelt. Beim Aschelandeportal selbst. Ne? Ja, dann machen wir das so. Und ich cutte wieder, bis die Nachtmusik beginnt. Und würde deswegen sagen, bis gleich. So, da ist die Nachtmusik. Also, nichts wie hindurch. So. Und hier jetzt schön umgucken. Wo hatte ich denn nochmal das Loch gebuddelt? Ich hatte hier noch eins gebuddelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder nicht? Hier vorne doch irgendwo. Hä? Hatte ich hier nicht irgendwo... Oh oh. Hä? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier doch auch gebuddelt hatte. Hatte ich nicht? Ups. Ja, weil dann sollte ich das vielleicht noch vorbereiten. Ja, das ist jetzt semi-praktisch. Shit. Ich mach mal kurz die Laterne an, damit ich besser sehen kann. Und nochmal den hier platt. Aber ich hab Angst, dass der Schaden an unserem Energieschild macht. Deswegen explodier mal hier bitte. So. Oh. Und ich mach mich mit Wurzeln platt. Und noch eine. Ich glaub das sollte reichen. Dann kommen wir hier direkt her. So. Und nochmal. Sehr gut. Ja. Jetzt ein Asquim zu fangen bringt gar nichts. Scheiße. Ich dachte, ich hab hier gebuddelt. Komm, dann buddel ich hier jetzt. Äh. Hier kann ich hochklettern. Das ist top. Das heißt, ich mach's hier. Schnell. So. Ich hoffe natürlich, dass kein Feind kommt. Außer vielleicht ein Zwei-Sterne-Asquim. Das wäre natürlich erfreulich. Oh, hier ist Wasser. Oh, und ich koche hier drin. Nein. Oh, oh. Oh. So viel zu dem Thema. Wir können es hier vergessen. Gut. Ja, wenn wir es hier vergessen können, dann gehe ich doch zu dem ehemaligen Asquim-Ding. Bin ich ehrlich. Das war, glaube ich, das Erste hier. Das Notasche. Hm. Das wäre jetzt doof gelaufen. War doch richtig, ne? Ja. Gut. Ja, dann, ähm... Wo waren Asquims? Da hinten, ne? Da so. Dann slide ich da mal rüber. Oh, man sieht nichts. Einfach nur Schwärze. Da hab ich ein Geräusch gehört. Was war denn das? Ein Asquim vielleicht? Ja. Ich hör's trampeln. Das ist doch ein Asquim. Ne. Morgen. Oh. Na gut. Dann wurzeln. Wow, 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 hey. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. So, sehr gut. So, noch ein paar mehr Wurzeln. Hier hin. Oh, Bogenschütze. Aber der Morgen hat gerade Prio. Na los, töte ihn. So, er ist down. Da bist du dran. Und du gehst mal hier mit her. Und der Bogenschütze beballert mich schon die ganze Zeit. Steh ab. Feuerball. Und noch ein Feuerball. So. Und ich glaub, ich zieh mir doch mal meine Robendinges an. Auch wenn wir dann deutlich weniger sehen, ist unsere Mana-Regeneration erhöht, ne? Ich glaub, ihr wisst schon. So. Aber kein Asquim. Ich lauf mal hier weiter. Oh, man sieht nichts. Liegt das an der Nacht? Also, an dieser Nacht, dass es deutlich dunkler geworden ist? Oder? Liegt das daran, dass ich vielleicht mal meine Gardinen schließen sollte? Wow, zwei Asquimts. Oh, oh. Ich lauf mal weg. So, hier hinten hin. Und Wurzeln. So, hier ist ein Stein. Da kann ich mich drunter verstecken. So, sie draufgehen und runtergehen. Und hast nicht gesehen. Das reimt sich. So, verprügelt sie. Wo ist denn der andere? Ist der abgehauen? Weil er vergiftet war? Oder ist er gestorben? Mein Plan. Oh, grausten, Alter. Weg damit. Wo ist denn der andere Asquimts? So, du darfst mal stehen. Bamm. Gut. Ja, der andere Asquimts ist weg. Keine Ahnung. Ich such mal hier einfach weiter. Ja, ich hab mein Inventar voller Müll. Na gut. Ich mach einfach so in der Hoffnung, dass ein Dahmer aufplaut. Ich seh nämlich nichts. Nee, nix. Da. Oder? Ist das ein Stein? Ist wieder ein Stein. Verdammt. Was? Na gut. Sehr gut. Ich mach auf. Na gut. Ja. Nein, nicht. Ja, das ist das. Ich mach auf.